Man sollte endlich die Kinder in Ruhe lassen. Sie spielen keine Rolle oder keine relevante Rolle in diesem ganzen Thema. Und wir müssen uns jetzt wirklich endlich fragen, wie weit wir noch gehen wollen. Wir haben jetzt ein Jahr lang die Bedürfnisse der Kinder an allerletzte Stelle gereicht. Komplett konträr zu unserem Auftrag als Erwachsene in dieser Gesellschaft, nämlich die Schutzbefohlenen zu schützen.